Standing hip flexion, external rotation. Was ist das? Nimm mein Knie wieder hoch, geh raus in die Außenrotation, in meine höchste Position. In dieser Position Kontakt zur Säule beibehalten, Hand weg, halten, 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 halten. Nicht den Kontakt verlieren zur Säule, bleibt da an der Säule, halten und absenken für die vorgegebenen Zeit.